Gregor Gysi in Berlin, Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke. Einen schönen guten Tag dorthin. Guten Tag, ich grüße Sie. Wie ist denn die Position Ihrer Partei zu der Abhörskandal-Affäre und vor allem zu den Vorwürfen gegenüber Frank-Walter Steinmeier? Also der Satz von Gerhard Schröder hinsichtlich der uneingeschränkten Solidarität, das heißt ja unkritisch, das heißt ja ungeprüft, eben einfach uneingeschränkt, war natürlich verheerend. Er hatte zwei schlimme Folgen. Die eine schlimme Folge war der Afghanistan-Krieg und unsere Teilnahme mit Toten auf beiden Seiten, mit irrsinnigen Kosten, ohne dass es irgendeinen nennenswerten gesellschaftlichen Fortschritt in Afghanistan gibt. Und das zweite war die Erlaubnis an die amerikanischen Geheimdienste hier im Kern zu treiben, was sie wollen. Und das ist damals so begründet worden. Und Herr Steinmeier ist nicht besonders glaubwürdig, wenn er jetzt die Regierung kritisiert und keine Selbstkritik übt. Allerdings ist die jetzige Regierung auch nicht besonders glaubwürdig, wenn sie so tut, als ob sie damit nichts zu tun gehabt hätte. Es ist eben immer fortgesetzt worden. Und alle Kanzler leisten einen Eid, dass sie nämlich zum Schutz ihrer Bevölkerung antreten und dastehen. Und der ist hier nicht gewährleistet worden. Katja Kipping, Vorsitzende der Linke, sagt, Herr Steinmeier sei der größte Heuchler in der ganzen Spionage-Affäre. Ist das nicht ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen? Naja, die drückt sich eben gerne drastisch aus. So kann man es ja auch sagen. Ich würde es halt anders formulieren, aber das liegt an dem anderen Stil, den ich habe. Aber es ist natürlich nicht besonders ehrlich. Wissen Sie, ich verstehe das auch nicht. Auch der Nasrallah, der kommt ja und erzählt, dass das ja alles schon wieder aufgeklärt ist. Es gibt doch keinen anderen Weg mehr. Wir müssen es jetzt öffentlich machen. Es gibt keinen anderen Weg, als eine vollständige Transparenz herzustellen und zu sagen, das ist gelaufen, so ist es passiert und so und so soll es korrigiert werden. Wenn wir das nicht machen, wird das Vertrauen der Bevölkerung in die Politikerinnen und Politiker immer weiter zurückgehen. Das nutzt nur niemanden. Weder jemand von der Union und SPD, auch uns nicht. Es nutzt niemanden. Transparenz müssen wir jetzt herstellen. In den vergangenen Wochen, wer so das politische Berlin beobachtet, hat ja den Eindruck, die Linke geht recht stark auf die SPD zu. Nun aber dieser Schuss sozusagen gegen den Bug der SPD. Wie ist denn da die Strategie der Linken? Nein, unsere Strategie ist eine ganz andere. Wir sagen, was will denn eigentlich die SPD? Will sie in den nächsten vier Jahren weitere Kriegseinsätze oder will sie das nicht? Will sie, dass das Rentenniveau gesenkt bleibt und die Rente um zwei Jahre gekürzt werden oder will sie das korrigieren? Will sie die prekäre Beschäftigung aufrechterhalten? Will sie weiterhin, dass Deutschland drittstärkster Waffenexporteur der Welt ist? Will sie Hartz IV so belassen, wie es ist oder nicht? Und dann sagen wir, entweder sie will das alles so belassen, dann hat sie recht, wenn sie sagt, sie macht das mit der Union und der FDP oder der FDP. Aber wenn sie sagt, sie will das nicht, dann müsste sie sich eigentlich öffnen für die Linken, denn das Gegenteil davon kann sie nur mit uns durchsetzen. Wir machen das doch am Inhalt und ich möchte die SPD stellen. Ich muss doch mal sagen, was sie wirklich will und mit wem sie das Ganze umsetzen will. Und ich will natürlich den Leuten auch deutlich machen, Gespräche scheitern doch nicht an uns, sondern wenn, dann an den anderen. Hans-Peter Uhl, der Unions-Innenpolitik-Experte, sagt, das sei auch eine Verleumdung von Mitarbeitern der deutschen Geheimdienste, was der Herr Steinmeier indirekt macht. Hat er recht? Ach, wissen Sie, ich glaube, die können sich besser schützen. Die brauchen wirklich nicht meinen Schutz, sage ich mal, die Mitarbeiter der Geheimdienste. Aber das Verhältnis müssen wir doch mal klären. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Aber 2013 könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Also ein paar mutige Schritte müssen gegangen werden. Und mich stört auch, dass unsere Bundeskanzlerin nichts macht. Die müsste jetzt ja eigentlich täglich mit Obama telefonieren und versuchen zu klären, um dann der Bevölkerung zu sagen, das wird so und so und dann und dann beendet. Aber nichts, hört man. Nur jetzt gegenseitige Schuldzuweisungen zwischen, wenn man so will, vier Parteien, die daran beteiligt waren, nämlich Union, SPD, FDP und Grüne. Sie waren ja alle vier daran beteiligt. Und das müssten sie zugeben und offenlegen. Und dann kann man sich immer noch darüber streiten, wer den größeren Schuldanteil hat. Also ich sage noch einmal, ich weiß natürlich, dass die Union das jetzt macht, um der SPD eins auszuwischen. Und die SPD reagiert wie des Öfteren hilflos. Aber im Kern ist es eingeleitet worden, ich sage mal, von dieser Männerrunde Schröder, Steinmeier und Fischer. Das kann man sich ja vorstellen, wenn die im Zimmer zusammensitzen, wie die sowas auskungeln. Und dann denken sie immer, sowas kommt nicht raus. Nun kommt es aber doch raus. Bloß die nächste Regierung und die übernächste Regierung hat das doch alles weitergemacht. Die haben ja nicht aufgehört, sondern haben das immer weiter forciert. Und was soll das überhaupt? Außerdem bin ich davon überzeugt, da geht es nicht nur um Terroristinnen und Terroristen, sondern die werden auch fleißig Wirtschaftsspionage betrieben haben etc. Und deshalb sage ich, das Misstrauen ist so tief, dass wir im nächsten Bundestag jetzt auch wirklich einen Untersuchungsausschuss dringend benötigen, um Klarheit herzustellen, um Transparenz herzustellen, um diese Dinge zu überwinden. Mein Gregor Gysi, ganz herzlichen Tag noch nach Berlin. Bitteschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020